Hi, ich bin Johanna Meier, ich bin jetzt die neue Bundesfreiwilligendienstleistende Bundesfahrtsnutzwerk in Paderborn. Und ich habe zum Beispiel als eine meiner Aufgaben, die Buchempfehlung rauszusuchen für das neue Firmenheft und das neue Erste-Mitur-Heft. Und das macht großen Spaß, weil ich mir sehr gut Bücher liebe. Und ich bin auch in anderen Bereichen zwischendurch mal zum Beispiel im Versand und da helfe ich auch mal. Außerdem habe ich zum Beispiel auch schon ein bisschen die Magnetwand aktualisiert. Hier im Bonifazuswerk gibt es eine große Karte, wo alle Hilfsprojekte auch eingezeichnet sind. Und auch auf der Internetseite gibt es so eine ähnliche Karte, wo man alle Projekte, auch die in Nordeuropa und im Baltikum findet. Und die muss natürlich auch mal aktuell sein. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Aufgaben, das macht mir Spaß. Und ich finde es auch toll, dass hier alle so nett sind und dass der Umgangstum so freundlich ist. Ich kann gerade, wenn ich eine Frage habe und gerade im Nachbepro, keiner isst, dann kann ich auch über den Flug gehen und Leute fragen. Das sind alles erwähnt.